Zeugen entdecken eine regungslose Frau in einer Grünfläche im Bereich der Erzherzog-Kahlstraße und verständigen sowohl Polizei als auch Rettung. Bis zu deren Eintreffen versuchen sie, die Frau zu reanimieren. Wenige Minuten später treffen die Einsatzkräfte ein, die die Reanimation übernehmen. Sämtliche Versuche, die Frau wiederzubeleben, bleiben jedoch erfolglos. Im Zuge einer polizeilichen Kommissionierung wird festgestellt, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Der Körper der Frau weist einige Hämatome auf. Beispielsweise Würgemal im Halsbereich. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Obduktion kann schließlich Tod durch Ersticken festgestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien, im Ermittlungsbereich Leib-Leben, übernimmt die Ermittlungen. Da die Identität des Opfers sowie die Tathintergründe nach wie vor unbekannt sind, ersucht die Wiener Polizei um sachdienliche Hinweise. Die Personenbeschreibung des Opfers sieht wie folgt aus. Weiblich, ca. 18 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,60 Meter groß, braunes, schulterlanges Haar, rötlich gefärbt, auffällig hellgrüne Augen. Die Kleidung? Schwarzer Kapuzenpullover mit der Aufschrift Live or Die. Schwarz-weiß karierte Hose, weiße Nike-Sportschuhe. Sachdienliche Hinweise auch anonym unter der Telefonnummer 011 31 13 33 800 oder in jeder Polizeidienststelle.